Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch! Schlocker-Hocker-Bobbel-Di-Dopf! Ich bespreche heute Wonka mit Schlocker, die Schlocker-Hallo und willkommen am Tele-Stammtisch zu dem wohl peinlichsten Intro, das ich jemals abgeliefert habe, aber es wurde sich gewünscht, nämlich von der werten Schlocker-Hallo-Schlocker-Stuppa-Stuppa-Stuppa-Stuppa-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-D von Paddington und Paddington 2 und wir wissen ja seit Massive Talent, Paddington 2 ist der beste Film aller Zeiten. Ob diese Wertung auch zu Wonka zutrifft, werden wir jetzt herausfinden, aber bevor wir das tun, liebe Schlocker, eine, ich möchte sagen, entscheidende Frage, die könnte jetzt das Schicksal dieser Besprechung wirklich prägen. Bei welchem Süßkram wirst du schwach? Oh, ich werde schwach bei Schokolade. Das muss ja die richtige Antwort sein. Und zwar mag ich es richtig süß, also bitte gerne Milka-Schokolade. Okay, ich bin da ja nicht so ganz drin, weil, sag's bitte nicht Herrn Wonka weiter, aber wenn ich die Wahl hätte zwischen was Süßem und was Salzigem, würde ich immer eher das Salzige nehmen. Ja, auf der anderen Seite bin ich ein großer Fan, wenn man beides mischt. Also Salted Caramel ist zum Beispiel ganz großartig, finde ich richtig geil. Und wenn ich mich auch wirklich auf was Süßes, ja, fokussieren müsste oder was aussuchen müsste. Ich war großer Fan früher von Rittersport Weißvollnuss. Dann habe ich vor zwei, drei Jahren nach längerer Pause mal wieder was davon gegessen. Dann dachte ich, oh Gott, ist das mir too much? Und mittlerweile würde ich sagen, ich hänge gerade so ein bisschen auf Mystiregeln. Ich weiß, es ist total unsexy, aber Mystiregeln sind aktuell meine Lieblingsgeln. Aber mit Schokolade oder ohne? Ähm, die meisten gibt's ja mit Schokolade. Genau, aber es gibt... Also das ist immer so... Ja, da ist so eine Schicht, so eine Decke oben drüber, die sind zugedeckt in Schokolade. Nee, es gibt auch die richtig beschissenen Müsli-Riegel. Da ist es einfach nur Müsli-Riegel. Und wenn man die auseinanderzieht, dann bröseln die so auseinander, nicht mal mit Honig. Das ist so die unterste Schublade. Nein, nein, nein. Also nicht die gesunden Müsli-Riegel. Nein, okay, schon die, wo man sich einredet, das wär gesund, aber ist es eigentlich nicht. Ja, ich bin ja, ähm, immer wenn ich Zug fahre, dann muss ich lila Pause, hieß es, früher essen. Das gibt's jetzt wieder. Es schmeckt nicht ganz so, aber so ähnlich. Das ist Milka mit Crispy und Erdbeer. Crispy war früher nicht drin, aber Milka und Erdbeer und Joghurt, das ist schon sehr lecker. Gibt es eigentlich noch Nussini, die gab's bei uns in der Schule in meinem Kiosk? Ja, die gibt's noch, ja. Okay. Gibt's auch Yes-Tötchen? Yes-Tötchen gibt's auch noch. Die gibt's in Schokolade, in Karamell und in Kaffee, glaube ich. Und immer der Klassiker ist wie immer das Beste, also Schokolade. Frag mich weiter, ich kenn mich aus. Super, ich find's total klasse. Weißt du, wo ich grad echt ein Problem mit habe? Ich versuche seit einiger Zeit, gewisse Produkte nicht mehr zu essen von einer gewissen großen Firma, die mit N anfängt und mit Estle aufhört. Estle, ja. Ja, ja. Und es ist, ich glaube natürlich, dass ich wahrscheinlich total viel von denen immer noch weiter futtere, weil ich es nicht bemerke, aber wenn ich halt die Idee, okay, es ist von N, 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 dann kaufe ich das nicht. Und ich habe das Gefühl, dass die Firma das jetzt gemerkt hat und mich quälen möchte, weil ich zum Beispiel sehr großer Fan bin, wenn man Sachen mit weißer Schokolade kreuzt. Und ich war früher totaler Fan von diesen Laien-Schokoriegeln. Und seit ungefähr zwei Jahren wird mir ein dauernder irgendwie gezeigt, hier Laien gibt es auch in weiß. Und ich bin echt standhaft und habe bislang noch keins davon geholt, weil ich halt gesagt habe, ich möchte diese Firma nicht weiter unterstützen. Und das ist echt hart teilweise. Ich habe das Gefühl, dass diese Firma wirklich versucht, mich irgendwie wieder in ihren Bann zu kriegen. Ja, du bist ein guter Mensch, ein starker Mensch. Ja, wir nennen sie einfach mal Nest, die Firma. Nest T. Ja, verstehe ich. Ich habe es immer andersrum. Also ich mag ja sowieso alles, was nicht im Standardsortiment ist. Also keine Ahnung, jetzt die ganzen Spekulatius-Sorten und auch Zartbitter, keine Ahnung, Zartbitter Bounty oder auch Duplo heißt es so. Duplo sowieso unterschätzt. Ich denke immer, Duplo ist scheiße. Und wenn ich es dann esse, denke ich, ist ja richtig geil, das ist das Zeug hier. Aber ja, die Verführungen sind stark im Süßwaren-Business. Und noch eine Sache. Mein absoluter liebender Schokoriegel war lange Zeit wunderbar. Da ist so Erdnussbutter drin. Ja, das ist harter Stoff. Und seit einiger Zeit haben sie in den Erdnussbutter-Anteil massiv zurückgefahren. Deswegen ist es auch nicht mehr so geil. Überall muss gespart werden. Was ist denn da los hier? Es ist schlimm. Danke, Merkel. Ja, man merkt es ja auch jetzt gerade bei dieser Besprechung zu Wonka. Wir sind knapp fünf Minuten drin. Oh Gott. Und haben noch kein einziges Mal über diesen Film geredet. Das müssen wir jetzt ändern. Das Volke Plänkel ist damit beendet. Süßes oder saures? Jetzt gibt es saures, nämlich in Form einer Synopsis. Und liebe Schlogger, was erwartet uns denn, wenn man, oder einen, wenn man Wonka sich anguckt? Also, ich hoffe, ihr habt alle Charlie in Schokoladenfabrik, dass es euch ein Begriff ist. Da geht es um den Süßwarenhersteller Willy Wonka. Und das hier ist ein Prequel dazu, in dem wir erfahren, wie... Wie es Willy Wonka geschafft hat, sich einen Fuß in der Süßwarenwelt zu machen. Und zwar, indem er in einer Stadt landet und dort eben ein Süßwarengeschäft eröffnen möchte und dort so allerlei Charakteren begegnet, die ihm entweder helfen wollen oder ihm eben in der Quere stehen werden. Ja, vielen Dank. Ich weiß ja, dass du jemand bist, der Trailer meidet wie der Vampir der Sonne. Yes. Und das hat mir wieder sehr gut getan für diesen Film. Ja. Ich hatte nach der Vorstellung mit ein paar Leuten unterhalten und es war sehr interessant, es gab so zwei Seiten. Die eine Seite, zu denen ich gehörte, war ein bisschen perplex, dass dieser Film ein Musical ist. Mhm. Die anderen haben gesagt, doch, das wurde doch wirklich propagiert, dass es ein Musical ist. Jetzt hast du keinen Trailer gesehen. Wusstest du, dass es ein Musical ist? Also ich wusste ja gar nichts. Ich wusste nicht, dass es ein Musical ist und... Nein, also nein, wusste ich nicht. Schon, aber der Film fängt ja an mit einem Song. Ich dachte schon, ah ja, ich weiß schon, was mich hier erwartet. Ich bin bereit. Ja. Wie stehst du jetzt in den Musicals im Allgemeinen? Ich mag Musicals. Also es ist natürlich, als ich Les Miserables, die Neuverfilmung gesehen habe, damals mit hier Russell Crowe, da war ich schon hart genervt, weil die ja wirklich, ich glaube, zwei Worte oder zwei Sätze im ganzen Film werden nicht gesungen und es nervt mich, wenn normale Gesprächsanteile gesungen werden. Aber wenn gesprochen wird und dann werden Songs eingebaut, das finde ich gut. Das gefällt mir. Ja. Und du? Ich bin überhaupt gar kein Musical-Fan. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ich finde aber, bei Bonk hat es wunderbar funktioniert. Okay. Das sage ich gleich vorweg. Ich finde, dass nicht jeder Song bleibt im Ohr hängen, aber was der Film sehr gut macht, also allein schon die erste Szene, er fährt mit dem Boot in diese Stadt und sitzt dann auf diesem Fahnenmast und fängt an zu singen und das geht dann so über, dass er in der Stadt dann umherstreift und es wird so auch als Art Tagtraum dann visualisiert. Das macht der Film wirklich gut. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass der Film so richtige schmissige Songs hat, die einen tagelang begleiten, aber es macht Spaß. Also es hat mir wirklich Spaß gemacht. Und ich glaube, es tut dem Film auch wirklich gut, dass er jetzt im Dezember kommt, denn ich wollte, nachdem der Film zu Ende war, wollte ich nicht mehr rausgehen, weil ich genau wusste, wenn ich da draußen gehe, ist es trist, kalt, grau, Tristesse pur. Und dieser Film ist halt die Antithese dazu. Dieser Film, und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dieser Film ist bunt. Ja, dieser Film ist bunt, auf jeden Fall. Er ist bunt an Charakteren, er ist bunt in der Optik, alles dabei. Aber was du gerade sagst, deswegen Songs kleiner bleibt hängen, doch schon am Anfang, es wurde immer im Hintergrund lief so ein Lied und ich dachte, hä, was ist das für ein Lied, das kenne ich doch, konnte es aber nicht ganz greifen. Und dann wird das Lied tatsächlich ja gesungen am Ende. Und dieses Pure Imagination, dieses oder so ungefähr geht die Melodie. Und das ist ja ein Lied aus dem Original Charlie und die Schokoladenfabrik von Gene Wilder gesungen. Ich kannte das aus dem Remake nicht, weil ich das Original nicht kenne, das Remake tatsächlich. Das klang jetzt ein bisschen wie Why Do Be. Ja, es ist auch so ähnlich. In a world of pure imagination. Oh Gott, ja, so in die Richtung. Und den Song kannte ich dann schon, obwohl ich, wie gesagt, den Originalfilm nicht gesehen hatte. Und der bleibt auf jeden Fall im Ohr. Glaubst du denn, dass es was bringt oder dass es notwendig ist, dass man einen der beiden Charlie und Schokoladenfabrik Filme kennt? Es gibt ja zwei. Einmal aus den 70ern und einmal den, den wir beide vermutlich auch kennen, nämlich den mit Johnny Depp aus dem 2008 müsste der sein. Ganz kurz die Frage, wie findest du den, das mit Johnny Depp, das Remake? Mag ich. Ich mag die, also ich mag allgemein fast alle Roald Dahl-Verfilmungen, außer der Grimm mit Jim Carrey, der finde ich ganz furchtbar. Aber Mathilda liebe ich sehr zum Beispiel. Oh ja. Charlie und die Schokoladenfabrik, der macht mir echt Spaß. Ich muss aber auch ganz klar sagen, ich habe zwar das Original oder die erste Verfilmung mit Gene Wilder auch mal gesehen, der ist mir aber nicht so präsent wie der mit Johnny Depp, weil der kam halt zu einer Zeit raus, da war ich auch schon Anfang 20, aber der hatte irgendwie, weiß ich, der kam zu einer besseren Zeit raus. Den Gene Wilder Film habe ich mal irgendwann im Fernseher aufgeschnappt und den Johnny Depp Tim Burton Film habe ich bestimmt schon vier, fünf Mal gesehen. Ja, ich mag den auch sehr gerne. Also der hat eine ganz komische Stimmung manchmal, also man begreift nicht ganz, es ist jetzt lustig, es ist makaber, es ist jetzt traurig. Das fand ich aber irgendwie, ich fand den irgendwie sehr absurd lustig. Okay, aber jetzt zu deiner ursprünglichen Frage zurück. Du hast mich gefragt, ob man die Filme gesehen haben muss, um Wonka zu verstehen. Und das glaube ich nicht. Also ich habe zwischendrin auch mal gedacht, okay, der Film hätte auch nicht Wonka heißen müssen und der Typ ist halt einfach ein Süßwarenhersteller, hätte auch funktioniert, bis auf vielleicht die Oompa-Lompa-Geschichte, aber das kann man ja dann auch einfach hinnehmen. Also muss man nicht, man kann den Film auch ohne Vorwissen angucken. Es wird auf nichts angespielt eigentlich, bis auf die Oompa-Lompas. Ja, wobei, das ist auch ein, also für viele ist das ein Kritikpunkt und ich kann ihn nachvollziehen. Ich sehe ihn auch, nur für mich spielt er keine so große Rolle. Ich finde, was dem Film fehlt, ist dieses, also Roald Dahl-haftige. Weil Roald Dahl, dieser Kinderbuchautor, und es gibt ja Unmengen von Verfilmungen, die haben immer auch so ein bisschen was leicht, ich sag mal was Fieses. Was Schwarzes. Ja, also ich glaube, das war auch eins der ersten Punkte, die wir nach dem Film, als wir da in der Runde standen, besprochen hatten. Es ist nicht mehr Roald Dahl, es ist wirklich ein abgerundeter Kinderfilm, der total in die Reihe Paddington passt. Also man merkt, dass der die Paddington-Filme gemacht hat, der fühlt sich eher warm an. Es ist ein sehr guter Kinderfilm und es hat wirklich keine Spitze mehr. Ob man es jetzt gut oder schlecht findet, kann man ja dann selbst sich überlegen. Ja, also ich hatte damit keine Probleme. Wenn man natürlich Roald Dahl-Ultra ist, dann könnte das einem schon stören. Aber ich habe es wirklich genossen, in diese Märchenwelt einzutauchen. Und es ist ja wirklich eine komplette Märchenwelt. Es wird ja komplett auf die Regeln des Machbaren, nenne ich es mal, gefiffen. Es ist ja wirklich eine Welt der Wunder, wo die Bösen böse sind und die Guten sind gut. Und du kannst beide relativ einfach auch unterscheiden. Und es ist natürlich was Naives. Böse Zungen könnten vielleicht auch sagen was Infantiles. Aber ich finde, für so eine Art von Märchen hat das wunderbar gepasst für mich. Ja, also man merkt Roald Dahl einzig daran, finde ich, an den Wortspielen, den Alterationen, der Lyrik in der Sprache. Wir haben den Film ja auf Englisch mit deutschen Untertiteln gesehen. Da bin ich echt gespannt. Weißt du, ob die die Songs eindeutschen werden oder ob die dann mit Untertiteln sein werden? Ich habe leider gar keine Ahnung. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sie vermutlich alles eindeutschen werden, weil das ja schon ein Familienfilm ist. Und sie wollen natürlich auch zu Weihnachten die ganzen Familien in die Kinos locken. Und ich kann mir vorstellen, dass so ein Sechsjähriger wahrscheinlich mehr mitgeht, wenn er einen deutschen Film hört, als wenn er den Englischen hört. Ja, und da hoffe ich dann, dass sie es gut hinkriegen, diese ganzen Wortspiele mitzunehmen oder da, wo es nicht übersetzbar ist, dann eben an anderer Stelle eigene Wortspiele zu erfinden. Hm, ja. Ich hatte eine Kleinigkeit an dem Film, die mir nicht so gut gefallen hat. Aber das ist mir tatsächlich erst hinterher aufgefallen. Er geht ja knapp zwei Stunden und ich finde, er braucht eine gewisse Zeit, bis er endlich mal gefunden hat, was er überhaupt erzählen möchte. Am Anfang ist das so ein Eintauchen in diese Welt, in diese Stadt. Ich weiß gerade den Namen nicht, ich nehme sie immer auf Schokostadt. Und es wird dir alles vorgestellt und es gibt total viele Figuren und es prasselt auf dich so ein, so ein Rausch der Farben und der Schokolade und der Fantasie. Und irgendwann, so war es bei mir zumindest, dachte ich, aber was willst du mir jetzt eigentlich erzählen? Und ich finde, er braucht ein bisschen, eine gewisse Zeit und am Ende stopfte auch echt noch sehr, sehr viele Sachen obendrauf. Ja. Das fand, also anders ausgedruckt, er hat ein paar Lenk. Ja, und er hat ein paar Figuren zu viel. Also ich hatte auch, also klar, es ist immer blöd für einen Film, zumindest in dem eigenen Kopf, wenn man mit Erwartungen reingeht und denkt, ah, jetzt könnte die und die Story geschrieben sein, die ganz cool wäre. Und dann sitzt man im Kino und die Story ist nicht so cool, wie man sie im Kopf hatte. Das ist natürlich ein bisschen unglücklich. Und ich hatte so ein bisschen erwartet, dass wir so mit Wonka um die Welt reisen und eben mitkriegen, wie er seine Kreationen dann erfindet, wie er dazu kam, all diese ganzen absurden, also dass er hier mal eine Giraffe melkt und da dann mit einem Affen tanzen muss. Keine Ahnung. So was, was ja mitschwingt auf jeden Fall. Aber das hätte ich gedacht, wäre der Film. Und dafür sind wir ja nur in Anführungszeichen in dieser einen Stadt und haben eben ein Musical, was auch gut in einem Theater auf einer Bühne präsentiert werden könnte. Und dann kommt da dieser Side-Hauptplot dazu. Ich weiß es gerade gar nicht mit diesen ganzen Charakteren, die er dann eben trifft. Und das hätte ich gar nicht gebraucht. Also ich hätte gern tatsächlich mehr den Fokus auf einer Wonka-Geschichte gehabt. Und es ist eher so, dass Wonka hilft, eine andere Geschichte zu erzählen, hatte ich so manchmal den Eindruck. Ja, und ich hatte tatsächlich auch so leichte Flashbacks zu Paddington 2. Den habe ich nicht gesehen. Oh, was? Oh, Schlöcker. Also, ich bin hier entsetzt. Ich spüre, dass mir da eine immense Lücke... Also Paddington habe ich gesehen, Paddington 2 nicht. Paddington 1 ist nett, Paddington 2 ist wirklich richtig gut. Ach, ist das so ein seltenes, ein zweiter Teil, der besser ist als der erste? Ja, also er wird ja wirklich von vielen Leuten vergöttert. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber du kennst mich. Ich habe kein Herz. Ich habe nur eine Pumpe. Aber auch ich muss wirklich sagen, Paddington 2 ist wirklich Liebenswürdigkeit im Film. Okay, okay. Das ist gut verkauft. Und bei Paddington 2 gibt es halt eben auch, dass so eine Art Heiß-Thematik noch mit reinkommt. Genau wie Wonka gegen Ende. Die aber auch so, das wirkt so ein bisschen der Zwung. Es wirkt so ein bisschen, wir müssen jetzt mal vorankommen. Es gibt hier noch was zu erzählen. Wir müssen hier noch zu einem gewissen Zielpunkt kommen. Und dann wird das so reingeschoben. Es ist ein bisschen unelegant. Und vor allem, er hat ja noch, also es gibt bei Willy Wonka, gibt es noch diese, wie heißt sie, das Mädel mit N. Nudels. Nudel heißt sie. Wo dann auch noch eben so ganz, fast schon nebenbei am Ende noch gesagt wird, übrigens, das ist deine Auflösung für deine Storyarc. Es ist alles ein bisschen ungelenk. Aber, und das ist halt, es macht trotzdem irgendwie Spaß. Ja, es ist halt, was hast du gerade warmherzig zu Paddington 2 gesagt? Also genau, Nudel ist die, die ist für mich, diesen Teil hätte es nicht gebraucht. Das war irgendwie dann zu viel noch für mich. Aber es ist trotzdem, wie gesagt, ein sehr warmherziger, runder, es ist ein liebevoller Film. Ja, und auch wirklich sehr amüsant. Keegan-Michael Key als Polizeichef, der sich bestechen lässt mit Schokolade. Und das sieht man dann auch. Ja, endlich wird es mal angesprochen, die ganze Zeit. Geil, Schokolade, wir fressen die ganze Zeit Schokolade. Schokolade ist das Best und Tollste. Und keiner sagt noch was drüber, dass man da vielleicht in Maßen bleiben sollte. Ja, überleg mal, du bist Zahnarzt. Du fliehst dich doch dumm und düsselig in der Stadt. Ja, das ist doch der Witz auch beim Remake mit Johnny Depp, dass sein Vater Zahnarzt ist. Aber hier, was du zuerst, hau raus. Okay. Aber es ist halt wirklich unglaublich amüsant, auch so von der Visualität her. Also es gibt zum Beispiel einen Moment, wo jemand ein sehr, sehr großes Paket Schokolade bekommt. Und wenn das auf das Auto dann draufgelegt ist, ist es halt herrlich. Weil es halt dieses, wie ich schon sagte, der ganze Film ist absolut nicht daran interessiert, etwas Machbares zu zeigen. Es ist wirklich eine komplette Fantasiewelt. Und ich finde, die umarmt der Film so komplett. Also der lebt für diese Welt. Und das finde ich sehr beachtenswert und sehr, sehr schön. Auch der Koffer von Willy Wonka. Wie süß ist der denn gemacht? Also die Props sind echt richtig toll in dem Film. Was ich noch zu Keegan-Michael Key sagen wollte, nämlich die kleine Empfehlung, den kannte ich nämlich schon aus Schmiggedun. Das ist so eine Serie, ich glaube, von Apple TV Plus, wo es um ein modernes Pärchen geht, die zufällig in der Welt landen, die in einem Musical aus den 40ern stecken geblieben ist. Und das fand ich ganz nett, wenn jemand Musicals mag und eben King Michael Key noch weiter singen sehen möchte, muss ich da dran noch denken. Hier vielleicht noch eine andere kleine Warnung. Der Film ist wirklich sehr prominent besetzt. Erwartet aber bitte nicht, dass ihr so viel zum Beispiel von Ron Atkinson seht. Der hat eine sehr, sehr kleine Rolle. Sally Hawkins bedauerlicherweise auch eine sehr, sehr kleine Rolle. Olivia Colman hat eine, ich würde sagen, ist Nebenrolle. Auch ein sehr schöner Side-Plot. Ich sage nicht zu viel, ich sage nur Romantik. Ja, das war lustig. Ich sage nur Knie. Ja, oh ja, das war ein Knie. Also es war für den Elvis K6 schon fast ein bisschen zu erotig, meiner Meinung nach. Ja, und jetzt kann ich wieder nämlich mit meinem, was ich meinte, dass es mir gut hat, auch keinen Trailer gesehen zu haben. Denn ich wusste nicht, dass Hugh Grant mitspielt. Und als der dann auftauchte, musste ich erstmal herzlich lachen. Und die meisten, die den Trailer gesehen haben, weil sie ihn ja wahrscheinlich ausnutzen werden für das Marketing, da taucht er offensichtlich auf und auch relativ viele Szenen mit ihm. Und der taucht, worauf du wahrscheinlich auch hinaus wolltest, auch nicht so viel, also mehr als die von dir genannten, aber hat auch keine Riesenrolle. Ja, tatsächlich ist es so, ich finde, er ist in dem Marketing sehr prominent und ich verstehe, warum sie das machen. Aber wenn du halt weißt, dass er in Oompa Loompa spielt, dann, ich, irgendwann dachte ich so, sag mal, ich hab doch jetzt, wo ist eigentlich Hugh Grant? Und der kommt sehr, sehr spät und der hat, glaube ich, wenn es hochkommt, drei oder vier Szenen. Die aber alle natürlich super sind und jedes, in jeder kleinsten Einstellung, wo er zu sehen ist, ist er der Scene-Stealer. Gar keine Frage. Und ich mochte auch, wie sie ihn eben abspannen. Ja, genau, das war ein süßer, das war ein sehr kreativer Abspann-Moment. Also, er war mir zu abrupt zu Ende, aber die Idee war sehr süß. Ja, also, Hugh Grant, der, glaube ich, jetzt kürzlich in Interview gesagt hat, dass die Dreharbeiten zu Wonka mit eines der ätzendsten Sachen waren, die er jemals machen musste, zur Erklärung, er hat zum Beispiel damals schon gehasst, diese Tanzszene zu drehen, zum Tatsächlich-Liebe. Und was er halt bei Wonka jetzt macht, alleine mit der Verkleidung, ist halt nochmal ein bisschen drüber, aber es ist herrlich. Also, ich hab wirklich auch wirklich jede Szene mit ihm genossen und Hugh Grant, ich hab das Gefühl, dass er in den letzten paar Jahren wirklich so immer Filme dreht, die er nicht versteht, aber die er machen möchte. Also, zum Beispiel Dungeons & Dragons, ja, toller, sympathischer, amüsanter Film. Hugh Grant ist richtig famos als Bösewicht, aber du kannst mir nicht erzählen, dass er verstanden hat, in welchem Film der mitspielt. Und genau so ist es auch bei Wonka. Und ich finde das einfach schön. Hugh Grant ist, wie bei Schokolade, das richtige Maß, der Genuss ist perfekt und so ist es auch bei Hugh Grant. Es braucht wirklich lange, bis er kommt, aber wenn er dann kommt, ist er wirklich nochmal so das Sahnehäubchen auf der Präsidung, ich finde. Ja, ich fand auch dadurch, dass er ja so eben, was du meintest, er hat diesen Flair, dass er gar nicht weiß, was er da macht und dass er auch vielleicht nicht wirklich Spaß hat, wenn er dann als Umpa-Lupa tanzt. Aber das passt ja, also wenn man, wie gesagt, mit dem Remake, die Umpa-Lumpas, die sind ja auch, da weiß man auch nicht, was sind das eigentlich für Gesellen? Haben die eigentlich Spaß da? Können die auch mal lächeln? Was ist eigentlich los bei denen? Und da hat er sehr gut reingepasst dann mit der Art. Ich habe nur noch einen Punkt auf meiner Liste, das heißt aber natürlich nicht, dass du noch so Sachen mit einbringen kannst, aber diesen Punkt müssen wir jetzt auch noch behandeln und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt. Wir haben jetzt schon über King Michael Key geredet, wir haben über Hugh Grant geredet, aber wir haben noch kein bisschen über Timothy Chalamet geredet, der den jungen Willy Wonka spielt. Und ich finde, Timothy Chalamet, und ich glaube, ich bin nicht alleine, ist einer der besten, Anführungszeichen, jungen Darsteller, die wir aktuell haben. Für mich ganz klar ein zukünftiger Oscar-Preisträger. Die Frage ist nicht, wann, doch wann ist die Frage. Nicht wieso, sondern wann. Das ist nicht ob, sondern wann, wahrscheinlich. Genau, danke schön. Dafür bist du ja. Ja, also ich meine, man weiß es ja eigentlich auch von ihm. Also der Typ, der ist ja, der sucht sich einen Film aus und das wird ein guter Film. Also hat man das Gefühl. Also, dass du, wenn du weißt. Ich frage mich ja, hat er den Back-to-Back mit Bones and All gedreht? Weißt du, das eine Mal ein Kannibalen, dann schon gut. Das finde ich sehr interessant, so als Gedankengang zu machen. Ja, also, dass du eben das Gefühl hast, du musst nur lesen oder hören, dass der mitspielt und dann weißt du, okay, den Film kann ich mir angucken. Also wir haben ja auch hier Dune und hier auch Bones and All. Und er spielt ja wirklich, er wandelt sich in jedem Film. Also er bringt eine eigene Atmosphäre mit. Und das hat er hier bei Wonka, ist es eben auch was. Der ist ja total auch eben dieses Herzliches, passt so gut da rein. Und ich habe gerade nochmal Nightmare Before, nicht Nightmare Before Christmas, sondern Nightmare on Elm Street geguckt, was ja Johnny Depps erste große Rolle war. Und der ja in Charlie and the Chocolatenfabrik, in dem Remake eben Willy Wonka spielt. Und es wird jetzt verwurschtelt, aber als ich jetzt Nightmare on Elm Street gesehen habe, da dachte ich, krass, wie ähnlich sich eigentlich Johnny Depp und Timothy Chamalet dann sehen. Also das ja auch optisch, nicht nur weil er gut schauspielen kann, sondern auch optisch wirklich gut gecastet wurde. Fand ich faszinierend. Ja, ich habe nach der Vorstellung gab es auch ein paar Leute, die gesagt haben, sie fanden den Chalamet nicht gut und er hätte nicht gut gespielt. Und ich finde, dass er in Wonka nicht spielt, ich finde, er hat Spaß. Also das Gegenteil von Hugh Grant. Genau, also ich finde einfach, der ist da mit so einem Eifer und Esprit und Feuer bei der Sache, dass ich gar nicht sagen würde, oh, der, also der kommt der Figur und dem Seelenleben dieser Figur, Willy Wonka, sehr nah. Nee, für mich wirkt das einfach wie jemand, der gerade echt einfach nur Spaß hat. Und das hat sich auf mich wirklich übertragen. Und wenn es jemand schafft mit Musicals und ich, wie gesagt, ich mag keine Musicals, ich bin da raus, aber wirklich schafft, dass ich da sitze und denke, ach, das ist schön. Der hat Spaß. Ich habe auch jetzt meinen Spaß. Und deswegen würde ich nicht sagen, dass Willy Wonka die schauspielerisch beste Rolle ist, die der junge Mann da jemals gespielt hat. Aber ich hatte das Gefühl, dass er wirklich Spaß hatte, so eine Spielfreude, die den ganzen Film durchzieht. Also nicht nur er hat eine Spielfreude, auch die ganzen anderen Schauspieler, finde ich, außer Hugh Grant, zeigen eine sehr tolle Spielfreude. Spielfreude. Und das ist mit vielleicht für mich eine größte Pluspunkte, dass dieser Film einfach so eine ehrliche Freude ausstrahlt, die auf mich komplett übergeht als Zuschauer. Aber das ist doch bei Musicals oft, also zumindest bei optimistischen Musicals, dass du diese Freude dann hast. Du hast das böse O-Wort gesagt. Du weißt, dass ich das nicht mache. Optimismus, du. Nehme es an. Fühle die Freude, die Mundwickel, wie sie nach oben zucken. Ich verstehe schon, was du meinst, aber es gibt ganz viele Musicals, das ist mir alles vollkommen scheißegal, das nervt mich, das lässt mich kalt. Aber hier, und ich glaube, es liegt auch wirklich daran, ich bin von dem grauen, tristen Kölner Winter in diese Wunderwelt eingetaucht für zwei Stunden. Und das war einfach eine willkommene Abwechslung. Das ist, glaube ich, auch viel, was da mit reinspielt. Aber halt eben auch diese ganze Spielfreude. Und deswegen war das, also ich habe hier nicht, selbst damit nicht gerechnet. Du, ich dachte, ich sitze hier heute Abend und sage dir, Schlager, unter uns, der Wonka, Scheißfilm, Musicals, Dreck. Aber nein, ich fand den wirklich schön. Und das, glaub mir, mich überrascht das am meisten. Ja, und ich muss auch sagen, auch alle, mit denen ich danach im Kino geredet habe, die fanden den alle gut, tatsächlich. Haben alle, auch mit Kindern, also Leute meinten, ey, den will ich mit meinen Kindern nochmal gucken. Also es waren alle durchaus zufrieden. Durchweg, wollte ich sagen. Durchweg zufrieden mit diesem Film. Da war ich ja wahrscheinlich noch der Kritischste mit, ja, aber die Story hätte schon ein bisschen elaborierter sein können. Ja, also ich habe jetzt, seitdem ich ihn gesehen habe, auch ganz viele Kritikpunkte gelesen und mir angehört. Und die sind alle valide und ich verstehe sie auch. Nur für mich ist es vollkommen egal. Also der, der ist einfach echt schön. Ja, es ist ein Top-Kinder-Märchen-Fantasy abgerundet. Es ist völlig absurd. Es ist nicht in der Realität. Okay, dann gibt es halt eine riesige Kirche, die über einem, okay, viel mit Schokolade zu tun hat. Ja, ist halt einfach so. Auch mit singenden Mönnchen. Und die ist der Film des Kirchenkritik. Das ist auch selten. Hm, stimmt. Ja, muss man auch mal sagen. Ja, also das sollte mir auch mal gesagt sein. Ähm, liebe Schlöcker, hast du noch irgendetwas außer deinem Fazit, was du gerne zur Bonka loswerden möchtest? Nee, ich gucke meine Notizen durch. Ich habe hier noch stehen, dass ich manchmal nicht gecheckt habe, dass die Süßigkeiten nicht in Verpackung sind. Und dann wurden die einfach gegessen von den Leuten. Dachte ich, ja, ihr müsst sie doch auspacken. Ohne Scheiß. Was ist denn da los? Diese Schokolade. Ich habe noch nie Schokolade gesehen, die so wenig in der Schokolade aussieht wie Bonka. Ja, das hat mich erst ein bisschen irritiert, als die einfach die in meinen Augen verpackte Schokolade essen. Aber es ist bunte Schokolade. Also das müsst ihr annehmen. Es ist einfach bunte Schokolade. Die ist nicht braun. Aber ganz ehrlich, der hat halt immer so ein Glasgefäß mit deiner Schoki halt da. Und dieses Glasgefäß, das erinnert mich an meine Kindheit, weil meine Mutter hatte so diese Badeperlen in meinen solchen Gefäßen. Das sah halt aus wie die Badeperlen meiner Mutter. Du hast gedacht, lecker. Die haben auch gut geschmeckt. Ja, die waren, ja, die waren prickelig. Ja, schön. Ja, ja. Und danach schön den Magen auspuppen. Das waren immer schöne Weihnachtsabend. Also, aber das unterstreichert dieses Fantastische. Ja. In dieser, weißt du, er macht ja, du siehst ja auch einmal, wie er mit seinem Wunderkoffer Schokolade macht und er benutzt alles, nur keine wirkliche Schokolade oder Kakao. Das ist es halt eben, was es auch macht. Dieses Magische, dieses Märchenhafte. Und ich glaube, wir können zu einem Fazit kommen. Ja, können wir. Wir können nicht immer das gleiche. Also, auch das Fazit wird das gleiche sein, was wir schon gesagt haben. Soll ich zuerst? Ja, bitte. Ja, also, wie gesagt, ich habe es schon gesagt. Ich finde, man kann da durchaus kritisieren dran und Kritikpunkte finden, aber es ist ein wirklich Top-Kinderfilm oder ein Top-Familienfilm, der sehr kreativ und warm daherkommt mit vielen Schauspielern, die Spaß an der Sache hatten. Mir haben die Songs Spaß gemacht. Ich hoffe, dass es gut übersetzt wird, weil es eben ganz viel Wortspielereien und Wortschätze darin gibt. Und das heißt, ich werde mir vielleicht auch dann nochmal auf Deutsch angucken, um zu gucken, wie sie das gemacht haben. Aber es ist eine Empfehlung von mir. Ich glaube, das haben sie sehr gut gemacht, da einen Weihnachtsfilm, einen guten Weihnachtsfilm rauszuhauen. Ja. Ich überlege, ob ich ihn mir nochmal angucken werde, wenn wirklich zu Weihnachten, weil ich da bei meiner Mutter bin. Und ich glaube, es ist ein guter Film, um mit Mutter diesen Weihnachtsabend zu verbringen. Vor allem, weil Mutter großer You-Grant-Film ist. Aber ansonsten, ja, Wonka ist, also der führt einen in so eine zuchige, fantastische Welt ein. Es ist so ein visueller Zauber. Erzählerisch ist er echt ein bisschen holprig. Und ich kann auch verstehen, wenn man vielleicht sagt, dass einem der Film fast schon zu überinszeniert ist. Aber wenn ihr Paddington 1 und vor allem Paddington 2, Schlogger, Paddington 2 gucken, Steht schon auf der Liste. Direkt nach Nightmare on Earth Street ist es der nächste Film. Okay. Ja. Ist, äh, Wonka wirklich ein, ist es so eine wunderschöne, einlullende Fabel. Mit netten, wenn auch nicht herausragenden Musical-Nummern, einem famosen Cast, vor allem Timothy Chalamet und Keegan-Michael Key und You-Grant. Und das ist einfach ein, ja, ein Leinwand füllendes Märchenkino, das einen so für zwei Stunden lang in eine andere Welt bombt, um es mal so auszudrücken. Und ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, ja, ich merke gerade auch, das war die falsche Wortwahl, aber wir leben in einer Zeit, wo das vielleicht mal ganz nett sein kann, auch wenn man sich darüber streiten kann, ob das jetzt wirkt. Ist egal, komm, ich hab's eh verkackt. Also, pass auf, halten wir fest, Schlogger sagt, Wonka ist gut, Stu sagt, Wonka ist gut, ergo Wonka ist gut. Und 7. Dezember im Deutschen Kinos, bitte angucken, wenn nicht, dann nicht. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, denkt dran, Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes und Schoki gibt. Außerdem haben wir eine Webseite www.tele-stammtisch.de, da findet ihr alle unsere Besprechungen und noch ein paar zusätzliche Sachen. Und ich sage Tschüss und wenn ihr keinen Bock auf Schokolade habt, sondern auf richtig gute Produkte mit, ja, zum Thema Kommunikation, da hat die Schlöcke einen super Tipp vor. Ja, denn hier wurde eine super Überleitung gemacht, dass ich am Ende meinen Werbungswust hinten dran hängen kann. Mein Name ist Schlogger, Johanna Baumann, Schlogger ist der Künstlername, ich bin Autorin und Comiczeichnerin und habe gerade ein neues Buch draußen, das heißt Kommunikation mit Kindern. Es geht aber eigentlich um Kommunikation mit Kindern von 0 bis 99, also keine Ahnung, es geht über Resilienz, es geht über Doppelbotschaften, es geht über Reframing, bla bla bla. Könnt ihr auf meiner Webseite Schlogger.de oder im Schlogger-Shop sehen, ich habe auch Bücher über besser streiten und alles in Kommunikation im beidesten Sinne. Oder ihr geht auch auf Social Media, auch da, wo es Likes gibt und da, wo es Schokolade gibt und dann schreibt uns doch, falls ihr irgendwo ein Lion mit weißer Schokolade findet, das nicht von NST ist und dann freuen wir uns drüber. Und bis dahin, schreibt doch auch mal drunter, wie ihr Wonka fandet und ob ihr da bei unserer Meinung seid. Wir hören uns bei der nächsten Besprechung. Bis denn, tschüss. Boah, ich hätte jetzt echt Bock auf Schokolade oder eine Frikadelle. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso verlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.